Countdown läuft, 32 bis zur Markteröffnung und wir sind hier, wir sehen es, 54, jetzt geht es ein bisschen schneller, aber wir sind eigentlich ganz gut entfernt, das wird keine Vodabox voraussichtlich sein wie gestern, direkt zur Eröffnung, 5, 4, 3, 2 und los geht es. Wir sehen die Vodabox dort oben und meine Damen und Herren, wir werden jetzt hier auf 20 Euro hochgehen und ich werde hier oben die Pendingbox platzieren, falls es darüber gehen sollte. Und wir haben hier The Big Number als Eröffnungstraight, also wir sind über den Daily Pivot. Wir sehen der Forecast war etwas anders. 15,392, ich habe das Risiko erhöht auf der linken Seite. So, Big Number ist ausgeführt, rechte Seite, das ist der Eröffnungstraight mit geringem Risiko. Wir haben die Vodabox dort oben mit hohem Risiko als Erste bis 49. Bei mir zitzt es ein bisschen, ha, ein bisschen zu. So, also Erste Trade, Big Number, 15,392 sind für Short und das war der Eröffnungstraight und meine Damen und Herren, Trade Nummer 999. Das heißt, morgen wird das weiße Hemd rausgeholt, das Konfirmationshemdchen und Anzug. Morgen dann der tausendste Handelstag. Also, das war's. Ich verabschiede mich dann bei den YouTubern und morgen wird es sicherlich spannend werden, weil alle, ja auch viele haben bei dem Gewinnspiel mitgemacht. Um wie viel Uhr, welcher Trade, im wievielten Trade ich dann in den Gewinn komme morgen. Wir hoffen natürlich Demut, dass wir morgen den Eröffnungstraight auch in den Gewinn bringen. Ja, ich verabschiede mich, wir machen im Live-Tradingraum jetzt weiter.